Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer Laufsituation von T-T-T. Wir befinden uns heute hier im Weißen Haus und ich halte hier gerade meine Präsentation, obwohl hier keine anwesend sind. Wo sind denn alle Freunde? Ja, super. Hallo. Ich will nicht. Und wieder dabei der Tobi Taro, Pace and Dennis und Deck Curry ist auch dabei. Major ist leider immer noch nicht dabei. Vielleicht können wir ihn hier irgendwann mal überreden dazu. Mal wieder. Nein, Alter. Oh, ich will Patrick einen Headshot geben. Danke, sonst wäre ich hier schön sein. Mach doch, mach doch. Ich hätte jetzt so Bock drauf. Oh, geil. Tschüss Tobi. Alter, ich muss schnell hoch, ich werd zerquetscht. Also ich bin bei Patrick gerade. Mach! Patrick! Was ist denn hier los? Beiklinge, das sind Feiklinge, das geht's gar nicht. Was ist denn los ey, reiz mich nicht. Ich hab'n Fass für dich. Reiz mich nicht. Alter! Patrick hat auf mich geschossen. Ja, die Pflanze war das. Dennis, lebst du noch? Okay. Ich lauf jetzt dem Tobi hinterher. Dennis? Ich lebe noch. Ich dachte, der wär grad voll weggesprengt worden. Endstation, Toilette. Was? Boah, wer schießt da? Ey, nur Taros. Oh, beim Tobi ist hier der Kackenwagen unterwegs. Der Kackenwagen ey. Ja, irgendwie scheiße. Tobi, du musst auf jeden Fall rein. Wollen wir die da runter? Nein. Kann das nicht passieren? Nein. Jaaaa. Hallo Taros. Sind jetzt alle unten? Wo bin ich denn jetzt hier? Sorry übrigens, wenn wir alle durcheinander quasseln, liebe Leute. Entschuldigung. Das ist uns natürlich ein bisschen eindämmt. Tronze? Oh. Alter, hier ist ein Knüppel. Das war ne Tobi. Oh, gar zwei. Das ist dein Penis, Kevin. Kannst du ihn ruhig wieder... Kannst du ihn ruhig wieder unter dem Tisch drücken? Ich möchte ihn ruhig wieder unter dem Tisch drücken. Alter. Hey, da ist ne Granate reingefallen. Oh nein. Tobi hat seinen... Nimm meine Munition, hier. Ro, ro, ro. Aua. Aua. So. Aber Sascha, was machst du denn? Das hat's gebrannt. Wurz verquetscht. Sandwich. Kommt man denn da runter, Mann? Netter Versuch. Wer war das? Die sind alle runtergefahren. Alter. Raus. Okay. Ey, wer hat da geguckt? Ich hab's genau gesehen. Patrick. Aaaaah. Tobi. Achso, du Feuer siehst. Hi. Du Feuer siehst. Ja. Wie denkst du da? Raus. Okay, lauter. So. Wer war das gerade hier? Was denn? Wer ist hier reingegangen? Ich. Ganz alleine, Mann. Ja, ja, ja. Ganz alleine. Nüsse? Ja, auch. Boah, das wär's jetzt, ne? Boah, jetzt ein paar Nüsse. Hast du Bock auf Nüsse? Ja. Oh geil. Was? Was? Sascha bitte. Dennis da unten. Also Nüsse essen kann ich einfach stehen, aber durch. Also ich bin bei Dennis, ne? Wenn sie gleich tot bin. Nette Granate Turbinator LP. Ich war das doch gar nicht. War der Dennis. Geil ist, wir haben alle Zeit. Und der Traitor, der muss sich vereinen. Turbinator LP ist mit dir mit, was? Ja, der ist noch dabei. Wo? Der hab ich engagiert. Dennis, warte auf mich. Weißt du wer Traitor ist? Ich weiß wer Traitor ist. Patrick ist Traitor. Wer denn? Hallo Sascha. Weil Turbinator LP. Weil's halt Patrick ist. Ja. Hätte längst schon irgendeinen getötet. Ne. Boah. Weißt du gar nicht wie das geht. Tobi, wo bist du? In der Mitte. Wo ist der Brunnt sein? Ganz hoch hinaus. Oh. Ist es alle wieder oben? Ist da noch einer unten? Ich bin der Kante Erschusslänger. Ich bin der Kante Erschusslänger. Ach so. Muss ja oben sein, ne. Die sind nämlich alle rumwege. Juuu, Alter. Munition. Munition. Tobi fährst du mit mir hoch? Was? Was? Ob du mir die hochkantelst? Wo bist du? Nicht gleich, wenn du auch. Ja, ich komme. Du darfst den Knopf drücken da vorne. Nein, du. Oh. Den Türchen vorher drauf gehen. Hallo. Das war ich, Alter. Hab ich versteckt. Ihr findet mich nie. Oh, du fährst ins Feuer, ne. Du fährst ins Feuer. Oh, nö. Nimm mit Dennis alleine hier. Ach du. Ich war das doch überhaupt nicht. Ach so. Ja, ich war das. Ich weiß es ja. Oh, ey. Hast du gesehen, wie die Schränke explodiert sind? Nein. Hast du das nicht gesehen? Tobi! Tobi! Geh weg, Tobi! 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 Was war das denn, Alter? Pass auf, der Tobi ist gemeingefährlich, Taros. Ey, ich sag dir, der Taros ist es. Der liegt es die ganze Zeit so drauf an. Hä? Vor allem ist Taros immer so badly wounded so. Erst ist der Tobi gefährlich. Ja. Wohne Flammen gesteckt. Könnt ihr euch mal entscheiden? Tode. Dennis verdächtigt ganz schön viele Leute, ne? Ja, der verdächtigt. Oh, Patrick ist es. Patrick ist es. Ach ey. Ja, was soll man machen? Das ist ja nicht so kacke dafür. Ja, alles in dem Keller. Was soll ich da machen? Du bist ein Genius. Ja, auf jeden Fall. Dann macht ihr das jetzt besser. Nicht wegsnipen. Ich hätte dich mit einem Schuss bekommen eigentlich, aber du hast dich blöd in die andere Richtung gelegt deswegen. Puh, dass Davids untergegangen ist, ne? Ja, traurig. Es sind heute schon so einige gewesen, die zum Glück untergegangen sind. Genauso wie der Genius von Patrick damals beim Minecraft LPT, weißt du? Ja, wir haben mich immer dann versucht schlecht zu machen. Oh, der war übel, ey. Ja, alles klar. Und mir in die Schuhe schieben, ne? Patrick, ey. Töte mich. So, jetzt sind wir mal gespannt, ob ihr das besser hinbekommt. Wir reden so viele Stimmen, Alter. Das Level ist so kacke dafür. So viele Stimmen. Was haben wir da eigentlich? Was sagst du mal für eine Folge, Tobi, ey? Hat dir dieses Stadion gebaut. Genau. Oh, sorry. Ich hab mich voll erschrocken. Ich auch. Die Runde ging nicht mal los. Oh, sorry Patrick, Patrick, alter. Alter. Curry? Was ist denn jetzt schon wieder los? Patrick, kannst du was sagen? Bronzel? Äh, Patrick, warte mal. Ich hab hier, ich seh hier ne Leiche. Warte mal. Bronzel, Alter. Hier ist einer. Curry, ja, Curry, Alter. Das war ein viel besser Curry als ich. Ja, wie soll man das machen, Alter? Ja, hab ich doch gesagt. Wie soll man das machen? Du hättest dich dann noch weiter verstecken sollen, Curry. Nee, ich wollt ja warten, bis du an der Leiche bist. Wenn ihr in der Gruppe rumlauft, die töten jetzt. Riesenkomplex. Das ist so schwer. Nix auf die Kette kriegt bei TTT, Alter. Halt die Schnauze, Alter. Halt die Schnauze, Alter. Halt die Schnauze, Alter. Halt die Schnauze, Alter. Das ist halt du, Mann, ja. Niemals. So. Wieso kann ich die nicht aufheben, die Leute? Wir sind am Stick. Man muss dazu sagen, wir haben auch lange keinen TTT mehr gespielt, ne? Wir müssen erstmal wieder reinkommen jetzt. Eine Woche? Ja. Das reicht schon, Patrick. Aber du bist ja wieder blöd und denkst nicht mit. Alter. Der Curry ist heute so ein bisschen gegen mich, ne? Mit der Tür los. Ja, ich hasse dich voll. Wenn du bei mir nochmal übernachten willst, ne? Dann. Ey, du bist voll der Engel. Curry, ich hab keine Decke, nein. Die ist weg. Teil dich mit dem Bronzer. Ich bin Mr. Bronzident, Alter. Was wollen sie? Machst du Zahnpasta? Ey, was soll der Scheiß? First Officer Turbinator. Guten Tag. Ich nutze Blender mit. Weiche ist die Werte. Ernsthaft, Patrick? Ja. Alter. Guck mal die Lupe da an. Scheiße. Alter, Tobi, Alter. Tobi, tritt durch. Warum bringst du denn auf mich zu, Tarot? Tschüss, Kevin. Tobi, Alter. Mr. President, Mann. Hören Sie auf. Was war mit der Tür los? Die war irgendwie fruchtbar. Hören Sie auf, Sir. Hören Sie auf, Sir. Hilfe. Hilfe. Oh, Alter. Oh, ich wollte auch... Ach, Mann. Oh, ist sie weg hier, Mann. Bobi? Was ist denn? Tobi nimmt mein Büro aus. Ich bin dabei. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Was ist denn hier los? What the fuck? Iiii! Nein, nein! Tobi, Scheißhaus. Danke. 1,2 Iiii. Was war das? Was auf ein Scheißhaus? Hier ist voll eklig. Iiii. Was denn? Wie ist es? Hier müssen wir nicht runterkommen, Alter. Das Bändchen wird geschossen. Ausgereiht, ey. Das ist der Wahnsinn. Hier, guck mal. Hier, dreht euch mal unten. Patrick, guck mal. Was denn? Guck mal. Geh mal da unten in den Schlamm. Das hört sich so geil an. Guck, guck. Oh. Tobi, Alter. Die eine Mistzauer, Alter. Ich dachte schon, ich hab das... Geh mal in den Schlamm. Alter, Bronz hat Mist. Bronz hat Mist. Oh, Bronz, ey. Ernsthaft? Die Nummer schon wieder? Weißt du, egal wie man es macht. Dennis findet das alles scheiße. Ja, aber der Bronz mit seinem Messer immer so, weißt du? Warte, warte noch. Das Messer ist aber super. Nein. Ernsthaft, Curry. Du Hure. Oh. Oh, ne Hölle, Curry. Alter, Dennis. Bronz, wo bist du? Du Sack. Bronz ist tot. Nein. Bronz war es gar nicht. Tobi ist es. Tobi? Nein, Quatsch. Tobi ist es doch. Ich hab's genau gesehen. Sorry, wo war... Ist es Tobi gar nicht? Wo war denn der Bronz? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, aber du hast ihn doch gerade... Nein, das war Spaß. Ja, wow. Ja, sicher. Also Tobi? Ja, jetzt bin ich es oder was? Wo Bronz mit dem Messer gefehlt hat. Tobi sagt nichts mehr. Bronz sagt auch nichts mehr. Ja, das heißt... So, wir haben ja die Regelung gemacht. Patrick? Patrick? Wir haben ja die Regelung gemacht, dass man, wenn man tot ist, also wenn man noch lebt, muss man trotzdem reden. Ja. Ja, haben wir gar nicht. Doch. Ja klar, Leute. Doch, haben wir mal gemacht. Quatsch. Ja, weil sonst ist es dumm. Quatsch. Quatsch, Alter. So wie Dennis hat das gemacht. Ja. Ich bin ja der, der... Sonst ist es dumm. F. Ja, der F. Also da mach ich nicht mit. Sorry, was willst du denn? Du kannst mir... Das ist nicht der Sinn von Trouble in Terrorist Town. Da kann man Scheiße bauen, wie man will. Warte, Dennis, warte jetzt. Warte noch, bitte. Und die Leute verarschen, wie man will. Nein! Ach, ihr Drecksäcke! Ja, schieß uns doch ab in den Müll. Der Traitor ist, hat man alle Möglichkeiten. Kannst du gar nicht schreiben. Warte mal, wir müssen jetzt die Leichen finden. Der Curry redet die ganze Zeit durch. Das heißt für mich, dass der Curry Traitor ist. Ich hab ja vor allem den Tobi gekillt, der da oben war. Obwohl ich mit unten bei euch war. Wie warst du das denn, Bronzo? Genius, Alter! Ich bin an dem Raum und schieß mich einfach ab. So was, aber schieß voll daneben, Alter. Aber Bronzo, ich hätte dich nicht abgeknallt, wenn du nichts gemacht hättest. Diese Thesen von Dennis sind so geil immer, ey. Oh! 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 Hast du dir der Tobi gesagt? Der Bronzer hat ein Messer und er verdächtigt mich. Ja, weil ich dachte, der Bronzer ist tot. Ja, warum sagt der Tobi denn dann, der Bronzer hat ein Messer? Das Level ist kacke für einen. Ey, man muss nur schlau sein. Alter, wir haben mir die Shotgun klauen, ey! Scheiße, Mann! Tobi! Ne, Bronzer, ey, das... Nein! Ich wollte die einmal aufspießen, ja. Wer ist da drin, ey? Mit meinem Teil. Da ist jemand drin. Ey! Wer geht dann in den Traitor-Shop? Sascha? Nein, ich mach gar keine Tür auf. Sascha! Er will nur ein bisschen Ruhe haben da drin. Hörst du auf! Guck mal, Dennis steht da die ganze Zeit hinten. Guck mal, Tobi. Siehste? Und jetzt, was machst du jetzt? Dennis, bist du im Traitor-Shop? Ich komm immer ein Stückchen her, reich die Tür auf. Hä? Was hast du gesehen, Tobi? Hier ist gar keiner drin, Mann! Sascha, hier ist keiner drin, Alter! Lass mal, lass mal bitte! Ich mach doch gar nichts! Hä? Wir machen die Tür nicht drauf! Ja, komm Sascha, komm! Kevin, ich komm euch hier hinten! Ja, ja. Was machst du da, Dennis, Mann? Jetzt komm doch mal hier rein! Kevin! Ja? Gib mal ein wenigstens von der Tür weg und mach mal die Tür auf! Hier, guck doch! Hier, mach mal die Tür auf! Hier, da ist niemand drin! Hier, ja! Hier, ich mach gar nichts! Wo bist du jetzt hier gekommen? Was? Ich sag doch, da ist keiner drin, Mann! Hä? Da unten geht die Tür auf! Warte, da ist irgendjemand drin und der ist Traitor, da müssen wir einfach reinschießen! Nein, da ist doch keiner drin! Doch, irgendjemand, der hat sich unsichtbar gemacht oder so, der scheiß Schrank oder was weiß ich nicht! Komm! Ich schieß nicht auf dich, ich schieß nur hier alles kaputt! Oh! Alter! Was war das denn? Hä? Warum geht das jetzt? Und warum geht das jetzt? Warte mal! Sascha hat mich verarscht! Hä? Ne, ne, ich bleib hier nicht mehr drin, du kannst mich mal... Jetzt geht's dir wieder! Aua! Was macht ihr denn da, Alter? Wie fehlt die ganze Zeit Schaden, Mann? Irgendwo auch sichtbar? Was ist das denn, Mann? Geht das überhaupt, Alter? Wie läuft das? Dennis ist fast tot! Darf ich den Dennis töten? Tobi? Irgendeiner von euch hab mich wie so ein Schmorbraten behandelt! Was denn? Tobi redet noch, okay! Tobi, was ist denn los, oder? Sascha! Aua! Aua! Was? Ein Schmorbraten behandelt! Aua! Aua! Alter! Patrick, irgendwas, was du davon glaubst! Wer ist der Wunder? Wer hat die Granate hier runtergeworfen? Warst du das, Sascha? Nein! Aua! Doch, du warst das! Der hat doch grad schon eine Granate auf Denkst geworfen, Alter! Der hat doch grad schon eine Granate auf Denkst geworfen, Alter! Nein, du bist doch hier bei mir! Ja, aber ich bin doch mit dem Aufzug gefahren, die kam doch von oben! Tobi, was ist der Loser da? Hast du denn das Teilens M4 gekauft, oder was? Ne, guck! Guck! Ich dachte schon, nein! Ne, 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 ne! Ja, natürlich! Er steht da so und packt auf einmal so das Ding aus! Natürlich war der Innocent! Das wäre doch die Runde zu Ende, Alter! Brunzi! Jetzt den Gehände, ne? Komm, wir fahren hoch! Ja, tschüss! Dennis für Innocent! Wär hat Dennis gekillt? Keiner von uns! Da kam ne Granate an! Ne! Das kann ich sogar... Oh! Der arme, arme Dennis! Ich kann das sogar vorlesen! Ja, genau! Von einer Explosion! Hä? Baby? Alter, da ist wieder einer am Gebären! Ich fiff aus! Tobi, die doofe Sau! Tobi, was? Wer war's? Das war schlecht, Tobi! 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 Ach Tobi! Aber weißt du, ihr habt ja nicht mal einen Beweis gehabt, Alter! Du hast das Baby doch geschossen! Das war das Baby, ja! Hat er die Spur gesehen! Das Problem ist, Tobi, beim Baby sieht man die Spur, wo es herkommt! Das ist doch behindert! Vor allem, das hat der Tag, das hat der Tag auch nicht mal getötet! Ähm! Welcher Tricksack hat mich gekillt? Ey, ohne Scheiß! Wer hat die gerade weiter geworfen? Ja, PayZ war das, glaub ich! Ja, ich... Klar! Ich hab da die Kamera geswitcht und du standest oben! Ich hab nichts geworfen! Ganz ehrlich! Ja, ja! Warum soll ich jetzt lügen? Gesehen, Patrick war das! Ja! Stimmt, ey! Tobi, du warst das? Ne! Ups, da hab ich einmal... Ey, ernsthaft schon wieder? Wir machten die Tür die ganze Zeit zu! Das ist ein Bug oder? Aua! Das ist echt ein Bug! Ein Bugler war es das! Die mag dich nicht! Ist auch so! So, was mach ich jetzt? Es sind dabei immer dieselben Türen! Damit sich dann wieder im Traitor schon was kaufen, oder? Ja, komm mal mit! Komm mal hier! Ja, komm mal hier! Das denn, Alter! Komm mal mit hier in die Ecke! So! Das ist meine Shotgun! Und ich pass auf sie auch! Hallo, Herr Leber! Hallo, Sascha! Hallo! Wie gibt's ihn? Ich mag diese Karte nicht! Will noch einmal eine Shotgun haben, Leute! Das ist Team Blödsinn! I don't like Mondays, Alter! Leute! Da ist jemand gestorben! Ich hab's genau gehört! Egal, wer mir da jetzt entgegenkommt, den erschieße ich! All Passage! Gerade! Ah, süßer! Sascha! Wie bitte? Peri! Turisten! Patrick, wir müssen zusammenhalten! Dennis brennt schon wieder, oder was? Patrick, wir müssen zusammenhalten! Der Taros ist Traitor! Der ging's Schienbein! Entweder ist Taros! Was willst du denn, Patrick, Alter? Hoffentlich gehst du da drauf, du Drecksack! Warte, geh mal gucken, ey! Boah, Vorsicht! Alter, was ist hier denn los, Mann, ey? Boah! Dann hat jemand die Tür zugemacht! Dann ist es bei mir hier unten, wie man hört und sieht und keine Ahnung! Es ist doch schon bewiesen, dass der Sascha der Traitor ist, du! Echt? Ich hab das gelöst bekommen! Patrick! Ja, mach die schon kaputt! Lüge! Dreist gelogen von denen! Ja! Bin mir keiner schuld beworben! Wo ist denn der Typ ist? Weiß er nicht! Weg! Hier, in dem Raum hier! Typ hoch! Ja, ja! Ist das wirklich bewiesen? Seid ihr alle unten wieder, oder was? Oh, Entschuldigung, Patrick! Boah! Entschuldigung, Alter, hör auf! Sorry, ich wollte dich nicht abschießen! Nein! Ey, seid ihr alle unten, Dennis? Oder was? Ja, ja! Dennis hat mich gerade angeschossen, ich hab zurückgeschossen, der hat einfach die Hälfte! Ja, das war für's Schieben, für's Schiebenbein, ne? Papa, es war ich! Ja, und? Verschieben, Schieben! Oh, Patrick, du bist ein richtiger Mann! Was ist das denn für'n Baby hier schon wieder? Hier, schmor in der Hölle! Was? Macht's! Tschüss, Patrick! Ist jetzt alleine hier unten? Oh, du Keller! Oh, du bist ein Buggy! Warum lacht ihr? Weißen, hörte Patrick! Alles gut bei dir? Nein! Ne? Lebt nur noch Dennis? Ist aber ärgerlich! Lebt nur noch Taros? Ich bin noch am Leben, ja! Alles gut, dann! Du's! Hm? Wird dann ne Bombe gelegt? Wo? Achso, da ist ne Bombe! Achso, da ist ne Bombe! So! Ist natürlich ärgerlich, ne? Ja, fällt der wieder hoch! Naja, das ist ja egal! Aber ich hab Zeit, ich bleib' jetzt hier unten! Naja, kannst du machen! Okay! Hast du denn Dennis getötet? Ich? Nein! Was machen? Nein! Natürlich nicht! Willst du runterkommen? Oh, die Bombe ist explodiert! Das ist ja echt noch viel ärgerlicher als gerade! Teuer? Ja, aber du kannst gern hochkommen, wenn das kein Problem für dich ist! Na na! Ne? Ich hab hier auch nicht! Okay! Ich hab ja noch ne Minute! Oder zwei Minuten hab ich noch Zeit! Dann geht das ja! Ach ja! Ach ja! Dann passt das! Was machen die Kinder bei dir so? Schimmel im Keller vor sich hin! Kennste doch! Äh... Der ist halt ne kleiner Fail! Was? Ähm... Wüsste der Dennis dir irgendwas zu? Wie denn? Der ist doch tot! Tote Leben nicht! Warum hab ich den gehört? Einbildung! Ach, Patrick! Wart'n Plan aus? Hm? Was denn? Du ne dumme Sau bist! Bin ich, ja! Ja! So runterkommen? Bin ich grad hier oben ein bisschen verirrt, muss ich sagen! Hier unten irgendwo? Ne, ne? Ne, ich bin nach oben! Und hab mich da leider jetzt in den Räumen ein bisschen verirrt! Unsichtbar und klein und so! Richtig! Genau so sieht's aus! Hui! Hui! Was denn? Nichts! Achso! Nichts! 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 Jo! Ach, Patrick! Ja, ich sag dir die Map ist blöd, ne? Wenn da einer oben ist, an Runden! Ja, dann kannst du ja gerne hochkommen! Ja, aber du bist ja in Zugzwang! Ja, ganz... Nö! Ich hab noch 3 Minuten Zeit! Das ist kein Problem! Das nehm ich mir! Na gut, dann geh ich was essen! Okay! Und Döner! Döner ist gut! Da liegt ja einer! Jägerlich! Bist du denn? Boah, nice! Nice! Da warst du Hurenbock, ey! Ich hab mir gedacht, dass es gut gefallen wird, dass es mein Ende ist! Die hat aber halt auch ausgesprungen! Die hat aber auch ausgesprungen gelegt, ey! Was sagst du, Tobi? So, ja! Oh, oh! Aber bei den Kinderspruchen muss ich mich ja schon beherrschen, ne? Naja, wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge von TNT! Die gibt's dann immer morgen um 14 Uhr, liebe Freunde! Danke fürs Einschalten und habt dann den schönen Tag! Achtung an den Tobi Tower Space Zett! An den Currywurst! Und natürlich an den... Juhala! Brunks! Juhala! Alles klar, man! Juhala! Bis zum nächsten Episode, alten Gauner! Juhala!